Guten Tag, mein Name ist Ann-Kristin Schoppmeier. Ich bin 27 Jahre alt und ich bin Schauspielerin aus Köln. Ich bin mit zwei großen Brüdern aufgewachsen und meine Mutter erzählt mir heute noch regelmäßig, dass mich meine Brüder nach der Geburt noch im Krankenhaus, als ich in diesem kleinen Bettchen lag, von der einen Wand des Zimmers zur anderen Wand immer hin und her geschubst haben. Hin und her und hin und her. Meine Brüder hatten wahnsinnigen Spaß dabei und ich habe mich nicht stören lassen. Ich habe schön friedlich weitergeschlummert. Aber ich glaube, ich habe damals schon den einen oder anderen Schaden davongetragen. Denn warum wäre ich sonst so verrückt und hätte mich für den Beruf des Schauspielers entschieden? Aber es war die beste Entscheidung meines Lebens, denn ich liebe diesen Beruf. Also Dank an meine Brüder. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich kann einfach das machen, wofür mein Herz schlägt und das ist einfach wunderschön. Und eigentlich komme ich aus Oberhausen. Oberhausen liegt ja im tiefsten Ruhrpott. Und der Ruhrpott ist dafür bekannt, da da hart und rau ist. Da weiß man, was da teist, die Ärmel hochzukrempeln und zu kämpfen. Aber so derb der Ruhrpottler auch sein mag, das Herz, das Tamale am rechten Fleck. Und jetzt, wo ich hier in Köln wohne, ergänzt sich das Derbe vom Ruhrpott perfekt mit dem Kölschen Rundgesetz. Et küt wie tküt und et ist nur immer jurt gejangen. Eine wunderbare Verbindung und für mich als Schauspielerin das allerbeste Lebensmotto. So hart das auch sein mag, aber ich kämpfe, mit dem Herz am rechten Fleck. Und ich bin total entspannt, denn ich kann ja sicher sein, et ist nur immer jurt gejangen. Vielen Dank. Vielen Dank.